weiter jacqueline 3 auf geht's hier wollen weiter kämpfen ja und die sind alle noch verborgen grunty hat jemand getötet deshalb bleibt er verborgen fox so mal was mit fox einmal hierhin ein schuss kostet nur fünf aktionspunkte aber hätte sie doch nur noch vier komisch bis hierhin dann bleiben sehr viele übrig ich habe jetzt war ich habe tatsächlich als junger mann ein rosa hemd mal gehabt das aber nicht in den 2000 1 da war ich kein junger mann mehr wir sprachen eben über die mode von hitman das muss gewesen sein ich glaube mitte der 80er oder ende der 80er 1980er bevor jemand spöttelt ich habe ein rosa hemd gehabt ohne scheiß mittlerweile halte ich rosa nicht für die farbe sondern für ein verbrechen gegen die menschlichkeit aber das ist auch weil rosa mittlerweile als pink entwertet wird und sehr kommt leute wir machen weiter hier einmal schießen bitte vier aktionspunkte dann kann sie sogar zielen maximale summe einzelschuss durchschlagskraft schwer dann kann sie auf den oberkörper zielen einmal zweimal dreimal dann kann sie sogar ein feld weiter nach vorne ziehen noch für den letzten aktionspunkt dann kann sie eventuell noch mehr zielen oder der ist sie ist einfach noch näher ran wie viele hat sie hier sie ja jetzt die acht nicht das klappt nicht wir müssen von jetzt hier ich denke ich kann das von hinterher machen ich liebe es einfach wenn ich direkt auf jemanden und sie so machen fachs bleibt verborgen weil sie sehen sie nicht die greifen erfreulicherweise links an mannika hat ein gewehr mit langer reichweite ja reichweite geht so halbwegs gewehr hat leichte durchschlagskraft zielen können wir nicht ach das ist irgendwie das ist irgendwie ist ja verborgenheitsstatus da verschwendet wer aber noch die hier vorne wenn wir hier nur einen schützen und die können uns egal sein wie soll jemand selber ihr geld auch verdienen ich habe etwas von der kenne für alle diese wundern wir versuchen es mit bans einmal oberkörper zielen getroffen ja lebt der feind noch oder nicht bricht zusammen war schon verletzt dann haben wir noch einmal kalina kalina hat nur noch deswegen der hitze auch so k.o. und müde und alles weiter wir können nur vorziehen mit ihr eine beweglichkeit mehr gut so kalina wir müssen das minenfeld umgehen hier den müssen wir noch ausschalten das das ist wahrscheinlich ach so wb kann der hat ja deckung ne es ist hier deckung ready to shoot nee keine deckung er hat aus der entfang ist das quatsch der hat so ein tolles gewehr dann immer lieber ich zieh dann auch den oberkörper einmal ja einmal verwundert dann einmal mit dem blatt bitte noch jetzt war ein sanitäter der würde sich jetzt gerne selber heilen aber aus gründen geht das leider nicht wie viele feine sind noch da also im oberen areal es gibt noch ein unteres neun wildhunde gibt es noch krass so viele die müssen überall auf der karte verteilt sein das wird doch ein langer kampf hier so wie b kann hier overwatch machen oder hat er ein ziel vor augen könnte klappen kritscher treffer wie b snipet aus der entfernung wie b muss einmal nachladen geht leider erst zu beginn doch kann er jetzt machen mit seinem spezialgewehr hier könnte noch etwas weiter vor kriechen drüben barry bleibt verborgen kann vielleicht nachher granate werfen eine wirklichkeit für barry mehr Ja, wir müssen vorsichtig sein und positionen sein, bevor es zu agieren. Vorsichtig. Maus, maus, ist die langsam unterwegs. Ich bin gut, dass Leute mich ignorieren. Für was? Für die Légion! Ja, die greifen den Außenposten an und wir, vor allem, können ihn in den Rücken fahren. WB ist stark, hat eine super Rüstung. Nimmt sich immer, wenn der Trupp irgendeine Rüstung erbeutet, nimmt WB sich die besten Stücke. Zahlt sich aus, liegt auch ganz vorne in der ersten Reihe. Ich bin weggesniped vom Turm. Irgendwo sind Leute, die wir noch nicht kennen. Wir haben Verbündete. Wir sind mit den Verbündeten, steht's. Sie geändert uns unsere Verbündeten. Das sind ganz schön viele. Die sind auch sehr gut ausgerüstet, bewaffnet, haben auch teilweise Rüstungen. Also mit denen will ich nicht unbedingt kämpfen, gegen die. Ja, mit denen. Ich bin tot! Bereit. So, da wollen wir uns mal vorsichtig vorziehen. Ein Kilometer hat mir einen Spezialangriff erzielt. Das war, glaube ich, bei dem Blatt, diesen Messerwurf, ne? Ein Feind, fast tot. Blatt hier. Was? Versuchen wir mal mit WB-Anschuss. Auf den Oberkörper. Waffe hat hervorragende Rüstungsdurchschlagskraft. Eintreffer, Oberkörper reicht und der Ende Geländer. Das hat funktioniert. Dann kann er hier liegen bleiben. Einmal noch nachladen. Und die können wir jetzt in aller Ruhe nachziehen. Ready for a fight. Wir könnten schon, hier sind ja... Wo sind die Feinde alle? Ich würde mal drauf tippen, dass die hier unten, hier drin sind, überall. Wir müssen also vorrücken. Zieh mal ein Stückchen hier vor. Du hast es geschafft. Wir legen uns auf den Laden einmal nach. Wir legen uns auf den Boden. Ja, Igor. Igor, bitte auch einmal nachladen. Bis hierhin. Mit Absicht ein bisschen langsamer, aber wir wollen ja erstmal, dass die anderen nachziehen. Ready. Einmal hierhin. Dann ziehen wir den hier nach. Barry, der Meister der Granatwürfe. Da kann es eher mal passieren, dass der aufgedeckt wird. Da müssen wir aufpassen. Was heißt, muss er nach vorne? Weil ansonsten ist da nichts mit Granatenwerfen. Jo, hallo LifeWire. Fine. Ach, Minibug. Wir können mit ihr nicht weiterziehen. Jetzt geht's aber. Na, komischer kleiner Minibug im Spiel jetzt dran. Na, sie hat nur einen 24er gewählt. Ich hätte gerne Kalina und Co. vor allem vorne. Fox ist schneller. Ich habe das falsche Outfit genommen. Keine Feinde aufgedeckt. Wir bleiben hier mal hocken. Ja. Hitman, der kann auch einmal vor. Ja. Kann er sich wieder verbergen. Sehr schön. Ich bin gespannt, die Feindagenten zu verbergen. Und eine Runde weiter. Das ist schwer. Ja, hoch lebe die Revolution. Das sehe ich ja auch so. Jetzt kommen die von links. Es kann sein, dass rechts schon gar keine Leute mehr gibt und dass sie die unserer KI-Vermüdenden, die die alleine wegknipsen hier. Ich habe dich jetzt. Livewire hier. Okay. Also da vorne sind noch welche. Wir müssen hier vorsichtig vor. Kann unser WB sich wieder verbergen? Ja. Barry ist verborgen. Alle sind verborgen. Kann Ego sich wieder verbergen? Zauberhaft. Niemand sieht uns gerade live, woher? Einmal verbergen, bitte. Alle sind jetzt wieder verborgen. Was? Dann kann WB sich auch hinknieren wieder und vorsichtig vorziehen. Ich würde gerne, also um die müssen wir uns nicht kümmern, die können hier runter. Aber dass wir hier so reingehen und dann hier von rechts hier einmal durchlaufen. Ich glaube zwar nicht mehr, dass da Leute sind, aber den Rebellen, denen brauchen wir nicht unbedingt zu helfen. kümmern. Schuss jetzt, Ace. Ich bin aufgerufen. Ein Feind aufgedeckt. Nein. Was ist passiert, Mann? Hi, I. Ich weiß nicht genau, was du meinst gerade. Jetzt vorsichtig vor. Ah, wieder dieser Minibug hier. Ja, echt. Komischer kleiner, neuer Minibug. Sometimes it's more fun, when you have to try to be quiet. Sometimes it's more fun, when you have to try to be quiet. Going. Ich bin aufgedeckt. Ich bin aufgedeckt, deshalb traue ich mich nicht ganz, den bis nach vorne hin zu ziehen. Einmal herüber, einmal hier vorne hin. Ready. Wie das denn hier? Lass mal bitte den Kommentar, der gerade reinkommt. Das ist eigentlich, das ist, du siehst wahrscheinlich welcher. Das ist nicht das, was ich hier gerne hätte. Das ist nicht das Niveau, das ich hier gerne immer im Chat hätte. Ganz so pubertär sind wir glaube ich nicht mehr mehrheitlich. Aus dem Alter sind wir glaube ich raus, dass wir sowas lustig finden. Weiter nach vorne mit Kalina. Achso, das ist nicht das Mikro. Das ist, also es ist nur hier Kopfhörer. Mikro ist woanders, das siehst du nicht. Quiet as a church mouse. Not a problem for a mouse. Quiet and efficient. Quiet and efficient. This plan sucks. Ja, I will hide and they will seek. Good thing I am wearing my special noise-suppressing shoes. They cannot hit what they cannot see. Alles klar. Alle einmal gezogen. Ja. Moving quietly. Und eine Runde weiter. Wir haben die Runde weiter. Ich brauche die Runde mit personalам. Okay, das war nicht so schwer. Bulea, lieb, dass du fragst. Da könnten dir die Chatmots eine Antwort drauf geben. Ich glaube, wie das in dir postet gleich was aus dem Handgelenk. Wir haben noch zwei, zwei sind nur noch da, der Kampf ist gleich vorbei. Und wo sind die? Wahrscheinlich hier oben, wir wissen es nicht sicher. Sie haben keine Ahnung, was sie hat. Jetzt, Ace. Sie werden mich nie sehen, was mir ein Schade ist, ehrlich gesagt. Ich werde versuchen, es zu schwer zu sehen werden. Ich werde schlafen. Ich habe ein Spiel, in dem ich schlafe und sage, es ist Zeit, jemanden zu schlafen. Ich schlafe. Ich habe das. Ich habe das. Ich glaube nicht, dass wir hier auf etwas Schlimmes stoßen könnten. Schauen Sie sich für eine Städte-Killern-Position. Meine Babusha hat mich so hart geholfen. Das ist immer der beste Weg, Dinge zu tun. Ich bin gut, dass Leute mich ignorieren. Manchmal ist es viel Spaß, wenn man versucht, zu kalt zu sein. Das fühlt sich so an, der der die Städte zu machen. Bereit, dass du nicht bemerkst? Auf jeden Fall, dass da doch nur jemand kommt. Echt, dass dieses Maus beitzt. Und das war's. Ein zweiter. Igor kann noch. Fertig! Moin Quietly… Let's move out! Oh Gott, wir schießen die halbe Stadt zu klumpen. Oh je, einer bleibt übrig, einer ist noch. Ja, Mr. Burns fragt, ob man das Spiel auch Multiplayer spielen kann, im Koop Multiplayer. Kannst du das spielen? Ja, geht. So relativ simpel und sehr komfortabel. Kannst immer wieder auch selber Spielstände, du musst nicht mit den selben Leuten dann später weiterspielen zum Beispiel. Das ist sehr komfortabel gelöst. Einer ist noch irgendwo. Ich glaube das ist ein Scharfschütze, oder ein Schütze war das. Du musst doch mal suchen gehen hier. Du hast es geschafft. Was für ein absurder Kleiderpack hier. Ich hoffe da gibt's... Das muss das Update gewesen sein, das heute rauskam. Am Anfang August, 3. August. Das hat glaube ich dazu geführt, dass manche Bewegungen bis zum Ende nicht mehr durchgeführt werden können. Manchmal geht's manchmal nicht, der Anker weiß warum. Shush now, Ace. Sure. Yes? Okay. Schau und schau. Das ist mein Spiel. Sie können nicht aufhören, was sie nicht sehen können. Ich schaue. Kein Problem. Gehen. Still undetektiert. Gut gesagt, ich brauche meine speziellen Ruhe-Suppressant-Schuhe. So, dann wollen wir mal die entsprechenden letzten Aktionspunkte noch nutzen. Gehen. Nein, das ist schraffiert. Das ist nicht schraffiert. Wenn hier jemand rauskommt, dann haben wir den. Gehen. Still undetektiert. Ich werde über diese Bereich schauen. Ich werde nicht ein Gerät spielen, wo ich... ...dann es ist Zeit, jemand zu schrauben. ...dann es ist Zeit, jemand zu schrauben. ...dann es ist Zeit, jemand zu schrauben. Ich werde nicht ein Gerät machen. Wann mal hier lang, bitte? Ich werde nicht ein Gerät machen. Ich werde es so schrauben, wie ich kann. Ich werde es so schrauben, wie ich kann. Holger, ich werde es so schrauben, wenn ich Gott nicht so schrauben kann. Dann kommt es zuvor. Ich werde jetzt ein Gerät machen. Ich werde nun vor Ort und an den Kräutern geholfen. Ich werde dann einfach hier. Da ist er. Da ist der letzte. Da ist der letzte Gegner. Da ganz weit oben. An den kommen wir eh nicht ran. Ich sneak auf. So. Kriegen wir den selber. Oder wisst ihr was? Den kriegen wir eh nicht mehr. Die anderen ballern den weg. Ich ziehe nur mit denen, wo es wirklich halbwegs sinnvoll ist. Dass er den vielleicht noch bekommen. Da müssen wir ja rechts rum. Ich schaue in Haltung. Ich werde versuchen, zu sehen zu werden. Cool. Coole Kamerasicht hier. Igor, das sah sehr sportlich aus. Vielen Dank. Sie können nicht aufhören, was sie nicht sehen können. Lieber nicht unnotiert gehen, ja? Ich werde silenzulassen. Ich spiele ein Spiel, wo ich schaue und sage, es ist Zeit, jemanden zu schießen. So silenzulassen ist ein Spirits in den Wundern. Ach, das ist mir zu doof. Wir sagen eine Runde weiter, weil ein Ding kommen wir eh nicht mehr ran. Andi, danke dir. Willkommen. Danke fürs 29. Abo. Gruß an Andi. Das ist der Letzte. Den nieten die eh um, bevor wir an den rankommen. Hm. Heide und schiebe. Das ist mein Spiel. Sehr cool, Grunty. Grunty hat's drauf. Ich schaue auf die Stealth-Killer-Position. Diese scheiße Scheiße hat mein Stil. Gehen. Manchmal ist es viel Spaß, wenn man versucht, zu kalt sein. Gehen in die Position. Alle gezogen. Eins weiter. Wenn wir nicht aufpassen, ballert der uns einen wichtigen NPC-Charakter hier über den Haufen. So ein Pflege. Ein einziger noch. Wir haben über MG schon oft diskutiert. Wegen dem Munitionsverbrauch benutze ich das nicht. Es wird viel darüber diskutiert. Es gibt ein paar Leute, die schwören immer drauf. Auch auf YouTube. Ein paar andere dagegen sagen, ne, um Gottes Willen verschrott ich immer. Munitionsfresser ist unverhältnismäßig. Ich habe es letztlich dann auch noch nie genutzt und auch eher verschrottet, wenn wir es bekommen haben. Weil die Taktik, die wir hier haben, funktioniert ja sehr gut eigentlich. Weil die Taktik, die wir hier haben, funktioniert ja sehr gut eigentlich. Kein Problem. Ich schaue auf. Ja, ich schaue und sie suchen. Gehen ruhig. Gehen. Das ist immer der beste Weg, um Dinge zu tun zu tun. Die hat sie nirgendwo Sicht. Observe. Man sneaks up on the enemy like so. As silent as a spirit in the woods. As silent as a spirit in the woods. Shush now, Ace. Da steht Hitman Kalina noch in unserem WB im Weg. Und der kommt nicht an dem vorbei. Hitman ist so ein Lahmarsch. Im Ernst. Das rosa Hemd top. Weiße Hose auch. Jetzt steht der WB. Der WB kommt nicht an ihm vorbei. Der WB kommt sich vor, als wäre Hitman, glaube ich, ein holländischer Wohnwagen auf der Autobahn mit Anhänger, den man versucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt er nicht an ihm vorbei. Das ist wieder dieser Mini-Bug hier. Oh Gott. Gehen. Sie werden mich nie sehen. Das ist ein Schade, ehrlich gesagt. Was ist passiert, Mann? Jetzt geht's weiter. Und wieder... Oh, Maus ist auch so langsam. Die habe ich zuletzt gar nicht mehr gezogen. Frag mich nicht, warum ich das mache. Ich will Maus das Gefühl geben, dass sie auch irgendwie dazugehört. Deshalb mache ich das. Der eine Typ, der dort liegt. Unfassbar. Welches ist das jetzt? Shaken Norris? Oder Rambo? Rocky? Nein, Rocky nicht. Rocky ist ein Boxer. Mal klettern die rauf, mal klettern die runter. Schau. 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 Sie gewöhnen, die den sch Todos sich Krass essen. Dich sind jetzt noch plötzlich gross. Sich schwer zu sehen. Und den... Alle... Abonnierst! Ich bin umgekehrt! Geh auf! Wie die Mutter immer sagt, es ist nicht eine Überraschungsparty, ohne dass ein Clown aus einem Kuchen mit einem Schraub steckt. Was ist mit einem Tüten? Die kann dich niemals ein Ziel trifft, ihn erwischen. Barry. Barry und einen Molotow-Cocktail. Wir baden in Molotow-Cocktails. Wie viele haben wir noch? Oh, nur noch vier. Bin ich zu geizig für? Mache ich nicht? Kein Molly. Wir lassen uns vornehmen den Molly machen, von dem hier oben. Das ist echt unglaublich hier. Ich würde gerne sagen, der Typ hier oben kann seinen Kindern und Kindeskindern noch von seinem tollen Abenteuer erzählen, seiner Heldentat. Aber ich glaube, in dem Satz ist ein Logik-Wähler drin enthalten. Mein Babusha hat mir das so schwer gemacht. Dieser Plan ist so schlimm. Höchstens Blatt! Messerwurfblatt ist sehr schnell. Mein Babusha hat mir das. Wollt ihr mich schlafen? Ich habe komplett das falsche Outfit gebracht. Sie haben keine Ahnung, was er ist. Natürlich. Aber... Aber... Gehen. Komm, das war's. Eine Runde weiter. Entweder erwischt ihn gleich Igor, oder... Das war's. Geht doch! Das ist ein unsatisfaktore Ergebnis für Puzzle. Wir müssen Warnung nehmen. Und jetzt? Beute machen. Einmal vorlaufen. Mal gucken, was das für Leute sind. Wie die uns gegenüber empfinden. Leute, haben wir überhaupt... Haben wir irgendeinen Schaden erlitten? Ne, ne? Haben wir einen Trefferpunkt auch nur verloren? Ich glaube nicht. Aber das verdanken wir auch den Rebellen. Ganz klar.